auf holz klopfen klappt so versuch nummer drei spiel die ganze zeit abgeschmiert und jetzt sind wir aber doch hier und wir sind durch einen teleporter gegangen nun wanderst du auf den steinen meines tempels von wo sich viele tore öffnen wisse dass dies nicht mein einziger tempel ist denn mein garten ist größer als dein raum erfassen kann und all diese welten habe ich für dich erschaffen wir haben nur ein auge werden morgen wir das ist von augen gesprochen aber wir können ja eben auch schon smartphone artig die kurz lesen so was haben wir hier was soll das sein blau pausen in 3d und hier sind dann die verschiedenen teleporter zu verschiedenen welten ja und zu verschiedenen tempeln vermutlich ja da brauchen wir eine axt wo wir sind ja vielleicht ein roboter also vielleicht ein laser wir brauchen wir anscheinend eben alle und hier gibt es für sterchen im garten gibt es viele geheimnisse verborgene wege und geheime tore wenn du dich ihren rätseln widmest darfst du dich der schaden der boden anschließen ja dann dürfen wir in den vip bereich genau gibt es den ersten stern ok aber wir haben eine ganze menge abzuklappern hier anscheinend und ich würde sagen wir fangen bei 1 ab wieder an und wir gehen also wieder zurück machen da gelb grün genau machen die jahr rum so ich hoffe jetzt stürzt der teil nicht wieder auf nein tut er nicht wunderbar läuft guck mal hast du das gesehen auf dem schild mit dem grün nur durchgestrichen war ein stern das heißt wir können da doch noch was finden vielleicht klingelt nicht schlecht herr specht ich weiß noch nicht also ganz am anfang waren glaube ich auch welche ich renne da mal einmal ganz kurz durch ist da jetzt nichts mehr alles egal ob hier irgendwas ist oder was nee ich meinte ob die kugeln wieder kommen die du dann reintrennst nee wir hatten da doch noch zwei Eingänge die wir wo wir nicht drin waren ähm hier in diesem riesen Raum hier da zum Beispiel ist noch so eine Tür die haben wir alle anscheinend streicht er die durch wenn abgeschlossen ist wenn man die hat ist ja eigentlich ganz na wie zum Beispiel was ist das vielleicht kann man da rumlaufen oder so von der Seite vielleicht gibt es hier irgendwelche Geheingänge oder so ein Scheiß egal wir holen uns erstmal bevor wir hier blut rumlaufen die hier fangen wir an oder hier sind wir auch nochmal so ein Gatte ja und hinter den ähm ja Statuen oder Ruinen oder was das sein soll hinterher gehen naja anscheinend kann man ja eh mein Kind du musst nicht alle Siegel auf einmal sein du darfst so oft an diesen Ort zurückkehren wie du es wünschst hab ich mir gedacht ähm möchte ich mir damit sagen dass wir das äh dass wir das auch müssen also dass wir den jetzt noch nicht kriegen so ich schau einfach mal 4 Minuten das könnte natürlich auch noch sein vielleicht hat er auch einfach noch nicht mitgekriegt dass wir schon in den anderen reingegangen sind erstmal den stören das können wir auch stören wer weiß wer noch so um die Ecke kommt ne wer weiß wer noch so um die Ecke kommt ne wir müssen das ja das stören ja hier müssen wir mal den Trick von jetzt endlich endlich was ich werde das nochmal bereuen aber jetzt im Moment macht es Spaß das war es auch schon ja das muss aber nicht immer das lag jetzt schon wir sind jetzt nur daran weil wir auf den Trick schon gekommen sind ja nimm mal eins mit wir brauchen unbedingt nen Rucksack oder sowas genau ne ich glaube diese blöden Felder die verhindern ja dass ich die nicht mehr ja ja hatten wir schon die können nicht ja jetzt was glaube ich ich frag mich immer so jetzt äh wo wir wissen dass hier ein Geheimgang ist wo der sein könnte ne haben wir noch nicht alles gesehen das Google das Google da müssen wir bestimmt hier ja da muss erstmal irgendwo wo ist noch einer hier links durch die ach so das ist eine normale ja aber so könnte ich doch einen schon mal ausschalten vielleicht sollte ich mir erst den holen so und den dann mit dem austauschen ne von außen da da sind alle gestört da so würde ich das nicht bezeichnen überall diese verstörten So, und wo hast du den Geheimgängner gesehen? Nicht wirklich, aber gehen wir einfach genau überall einmal hinten durch oder kann man dazwischen durchgehen? Da war doch ein Tor drin in der Ruine eben. Hier? Nee. Da rechts in der. Hinter dem jetzt. Da rechts. Hier rechts? Nochmal rechts? Nein, das war links. Nein, schon da. Kann die irgendwie nirgendwo durchgehen? Ja, aber ich glaube... Ich hatte da am Anfang, hat mir doch diese komische Leiter da gefunden hinter der Ecke. Ja, stimmt. Die war immer noch interessant, ne? Aber ich weiß noch nicht. Die hatte bisher keine Funktion. Oder wir haben sie nicht kapiert. Schau mal noch mal. Ich kann ja mal schnell hin. Wir haben ja hier alle... Ähm... War hier? Schau mal nicht. Ne. Nicht weitergehen. Ich weiß, aber... Kommen wir da her? Oder... Ist das der Gelbe schon? Der Zweite. Ich bin irgendwie nicht irritiert. Waren die hier schon überhaupt schon mal? Doch, hier. Bei diesem komischen Ding. Da waren wir ja schon mal. Hm. Naja, aber wir scheinen hier ja alle irgendwie hier schon mal abgesam zu haben, ne? Bevor wir uns jetzt hier blöd suchen mit dem Geheingang. Machen wir erstmal weiter. Ja. Hier ist aber auch nix, ne? Sicher auch keine Treppe. Ich mein, wenn man die eh alle sammeln muss, dann kann man sicher noch mal ne lustige Ich-such-alles-nach-mal-abrunde machen. Wie. So. Trio Bombasticus. Hm, die drei. Die laufen da alle gegen die Wand. Erstmal ganz okay. Aber ich wette, wir lassen sie gleich frei. Wir müssen die alle auf die andere Seite kriegen, anscheinend. Hm. Das wird lustig mit dem letzten. Ach, das wird doch gut, oder? Ach. Ach. Muss noch durchlassen. So, den können wir hier noch. Ne, du brauchst den dann gleich durchzukommen. Verdammt. Mitnehmen. Ja. 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 Aber die wischen sich ja nicht. Ta-ta. Ist doch alles schön entspannt, ne? Bisher hält sich das echt in den Grenzen, mit den harten, äh... Atem. Aber man kann hier hoch. Aber... Es eröffnet neu auch nicht mehr. Wenn man hier hinten lang geht, kann ich nicht wissen. Und durch diese Tore kannst du nicht durch, wenn da bei den Ruinen so... Oder was? Ja. Ne. Geht nicht. Ne. Oh. Last but not least, ne? Direkt vor der Nase. Einen schlafenden Löwen pieksen. Oh. Ja, ich hab ne Idee, wie man ihn piekst. Hm. Wie soll ich den nennen? Ja. Kann ich mal. Es kommt drauf an, was für ne Bahn der fährt. Vielleicht. Kann ihn ja mit dem da hinten irgendwie, ähm... Ich mach das mal so runter. Gucken wir mal. Ob der außen rum bleibt, ne? Genau. Kann es nicht schnell weg. Guck mal. Guck mal. Klappt nochmal ganz gut. Du bist äußerst fleißig. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein. Hm. Meine Fleißheit. Hat mir trotzdem nicht das Secret, äh, eröffnet. Ja, es bleibt ja noch die Option, ob es erst später klappt. Gut, dann gehen wir erstmal nach Hause. Es war auch das einzige Schlück mit dem Stern drauf. Ich denke einmal war es nicht. So, ich nehme die zwei. Da ist aber auch schon ein Sternchen drauf, ne? Wir können die zwei nicht nehmen, weil uns noch ein grüner... Ne, man braucht die Glauben, glaube ich gar nicht für die... Das heißt nur das, was man da findet, du brauchst du nur für diese Platten hier. So. Aber da fehlen uns noch ein paar, insofern... Wir schauen mal, was die zwei bringt. Lass dies unser Bündnis sein. Diese Welten sind dein. Und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. Ja, da treibt mich doch die Neugier. Welcher Turm? Ja, wir öffnen den Störungssucher. Na klar. Ähm... Fehlerdiagnose. Ein Administrator-Passwort. Gott. Ähm... Admin. Lass mich rein. Trust no one. Lass mich rein. Auch nicht. Ja, wir wollen ein neues Admin-Konto erstellen. Also wir müssen... Wir müssen jetzt beweisen, dass wir kein Bot sind. Okay. Ja, okay. Wir starten das Zertifikationsprogramm. F1 von 4. 2 plus 2 ist was? 4. F1, ne? Aber da steht doch 2 plus 2, oder nicht? Oder wäre das... Neutrales Gesicht mit Grinsen. Achso, Frage 2 von hier. Ja. Ist ein... Grinsen. Ich finde das ist ein Grinsen. Zufriedenheit. Achso, ja. Zufriedenheit. Oder Gesicht. Nee, das ist zu... Ich glaube das ist Zufriedenheit, weil das, ähm, die Augen so ein... Was beschreibt ein Wesen mit negativer Entropie... Oh, ein Staatsbürger. Ein vernunftbegabtes Tier. Sie gehen durch die Wüste und begegnen an durstigen Reisenden. Seine Augen sind von Durst angeschwollen. Sie haben Wasser bei sich. Sind mir nicht sicher, wie weit es zunächst eine Oase ist. Was tun Sie? Ich gebe ihm die Hälfte des Wassers. Ich gebe ihm die Hälfte des Wassers. Ich gebe ihm die Hälfte des Wassers. Jetzt kann ich mir wieder Dinge angucken. Gucken wir mal hier die E-Mail an einen an. Mein erster Tag am Institut für angewandte Noematik. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich fürchterliche Angst. Was, wenn sie mich nicht mögen? Was, wenn sie alle Genies und sind und ich ein totaler Hans Wurst? Vielleicht haben sie mich nur auf den Arm genommen, als sie gesagt haben, dass ich hier arbeiten darf? Ich zittere, als ich das Gebäude betrete. Gleich am Eingang hängt ein lebensgroßes Poster von Jeff Goldblum. Was zur Hölle? Ranka Piers. Institut für angewandte Noematik. Dr. Ian Malcolm aus dem Jurassic Park Film. Jeff Goldblum. Dr. Sarah Pai kommt runter lächelnd. Wir haben versucht, ein fetziges Akronym zu finden, als das Institut damals gegründet wurde, sagt sie. Inan, Yapnam, Inapno. Alles hat sich dumm angehört, aber wir wollten es nicht einfach Ian oder Ayan? Ayan, ne? Ayan nennen. Weil, naja, Ayan ist halt ein Name. Dann macht jemand einen Witz darüber und nannte es Jeff. Und? 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 Jetzt kommen wir runter. Und? Irgendwie ist das hängen geblieben. Ja. Also sind wir offiziell Ayan. Aber wenn sie jemanden hören, der das Institut Jeff nennt, dann ist das unser interner Name. Ich weiß, ich weiß. Verdammte Geeks. Nach diesem Gespräch hatte ich nicht mehr so viel Angst. Gespräch. Ja. Rechtschreibfehler darf ich behalten, ne? Ähm. So. Dann haben wir noch hier HTML. Hm. Ne, Notizen. Das ist... Oh. Okay. Erster Satz. Sie wachte in einem unmöglichen Ort auf und erinnerte sich an nichts. Ist mehr als nur der Anfang eines weiteren amnesiebasierten Mystery-Romans, obwohl wir nicht so weit gehen sollten, als den ganzen Roman als Allegorie zu deuten. Vielmehr sollten wir das Novum im Kern der Narrative ernst nehmen. Die... Ja. Irgendwelche Zeichen. Notiz 2. Ohne angeborene Kenntnis der Natur der Welt gezwungen sich auf das zu verlassen, was uns von den anderen erzählt wird und was uns unsere eigenen subjektiven, begrenzten Sinne sagen. Ja. 54, 72, ich kann nichts mit Zahlen anfangen. Und zum weiter. Gesellschaftliche Realität, in Klammern Glauben, und objektive Realität, in Klammern Materie, in Konflikt geraten. Hm. Notiz 3. In Kapitel 16, ein zweites Erwachen in Artemis, Königreich, wenn die Protagonistin ihren Mentor befragt. Notiz 4. Eine sinnvollere Interpretation kann nur durch die Synthese von... Ich frag mich immer, ob da irgendwelche Hinweise oder sowas in diesen komischen Dingern drin sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur... Und das ist irgendwie hexadezimal, ne? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich würd sagen, das sind so zerstörte Dateien, die man nicht so richtig herstellen kann. Das ist wahrscheinlich... Ich hab wahrscheinlich schon den Plan, dass wir irgendwo in so einem geschaffenen Garten Eden sind oder so. Wir sind auf dem Holodeck, oder was? Ja, wer weiß. Kann durchaus sein. Nein, so ein Talos-Prinzip. TXT. Jetzt kommt ein Prinzip. Straton von Strat... Gaira? Okay. Ob es nun stimmt, dass Daedalus den Riesen Talos erschaffen hat, oder ob er, wie andere sagen, ein geschöpftes Hephaistos war, das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er aus Bronze bestand, und nur eine Ader besaß, in der eine flüssige Substanz wie Blut floss, von der manche meinen, es sei Quecksilber gewesen, und von der anderen behaupten, sie sei wie das Blut der Götter gewesen. Der Verlust dieser Flüssigkeit ließ ihn sterben, wie auch ein Mann stirbt, wenn er sein Blut verliert. Hm. Frauen auch übrigens, aber nicht immer. Kann man doch nicht sagen, dass Talos, obwohl er als Maschine oder Spielzeug erschaffen wurde, alle grundsätzlichen Eigenschaften eines Menschen hatte? Er bewegte sich aus eigenem Antrieb, er sprach und konnte auf Fragen antworten, hatte Wünsche und Sehnsüchte. In der Tat, was dies in der Geschichte der Agronauten die Ursache seines Niedergangs war, sollte das bedeuten, ne? Hm. Wenn Menschen haben... Was? Wenn seine Maschine alle Eigenschaften eines Menschen haben kann und sich wie ein Mensch verhält, während sie von nichts anderem angetrieben wird als von ihrem genialen Bauplan und dem Zusammenspiel ihrer Materialien nach den Prinzipien der Natur, dann folgt daraus nicht, dass der Mensch auch als eine Maschine angesehen werden kann. Dies widerspricht allen Lehren der Metaphysik, aber dennoch kann selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben. Hm. Also, Blut macht Menschen, oder was? Das ist eine komische Lore. Ja. Naja, aber vielleicht irgendeine Substanz, dass das Blut sozusagen Leben symbolisiert, weil es eine Substanz ist, die dich antreibt. Beim Talos wussten sie ja auch nicht, ob das Blut ist. Eine blutähnliche Substanz. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Philosophisch ist das. Ähm. Es ist schon ein wenig weiterräumiger hier, ne? Und wir sehen das Meer, das ist herrlich. Ja, toll, oder? Kann man darüber schwimmen? Oh ja, mach mal.